halli hallo hallöchen mein lieben freund und herzlich willkommen zurück zu lera kraft und der tempel des osiris ich bin der onkel und dabei der und da steht es einfach darum und macht nichts wird wir haben uns jetzt mal unterschieden ich habe gesagt das wird diese und diese kugel und diese bombe noch mal runter holen okay das war dann würde ich das mal explodieren diese jetzt verlieren hatten auch hier ja so hier so mensch dann kannst du nämlich durchkommen jetzt so no no das hat ja geklappt er hätte es schon mal gemacht genau da muss ich denn sagen weil vielleicht haben wir nämlich bloß ein fehler nicht bewegen das ding wird sie leuchtet jetzt von anfang an grün und und springt wieder auf die bombe rauf und unser bomben reiter hier genau alter was ist denn mit meiner figur los jetzt muss ich hier irgendwie warte mal äh ja hatte so schnell also mach mal hier hinten holen alter oder warte mal warte mal komm mal mit ach ne du kannst ja keine kranaten du kannst ja doch du kannst aber deine blaue hier vorne schon mal auf das ding drauflegen auf das teil dann kannst du die dann ne warum denn hier liegt es doch vorne drauf da brauchst du bist du brauchst du brauchst du kürzer bloß dein ding zu machen liegt es vorne auf dein licht ich kann es doch dann gleich normal machen in der zeit wo du hoch geht na aber da musst du doch zweimal loslassen geht uns doch zeit flöten na hier muss ich es nicht loslassen ich kann zünden und während ja aber hier musst du dann loslassen da muss ich so oder so loslassen ja einmal aber sonst wirst du zweimal loslassen ne ich lass mich zweimal los ich kann nicht doch rollen ich bleibe fest und kann nicht zünden mach die bombe mal bitte hoch und leg die dort auf die plattform da unten das schaffe ich schon selber genau so jetzt sind wir da schon mal abgesichert noch mal ich habe gesagt das muss wir so machen das ist überhaupt nicht der Anfang der war auch dorthin da war halt ein bug mit der bombe ach jetzt stehe die bombe weg ok ich machs schnell dann lass runter 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 nee 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 ich lass nisch runter oder ich stehe schon da jetzt ahhh wir haben es ja guck die scheiß das scheiß die geht immer noch runter kaputt hei es war jetzt bloß so ein scheiß Dingsraum oder was ich jetzt was ist das denn wie geht es denn weiter hier ich muss ja irgendwo im spiel weiter gehen oder nicht ey was und dafür die ganze mühe ich muss ja hier weiter gehen warte mal tja also ist das wahrscheinlich bloß so ein kurzer nebenraum wo wir dann hinten wieder rausgehen können wo wir doch alles gemacht haben ach toll ich komm ja hier nicht durch jetzt muss denn er da wieder dynamit dings machen ach das ist vielleicht gar kein raum wo man irgendwas holen kann das ist nur ein bonus raum ja aber das bissl ey sohn wir machen hier drei parts um die scheiße zu machen und dann kriegen wir ein paar diamanten und ein kreuz klasse ich dachte gibt es aber trotzdem noch irgendwie weiter und ja naja da war das bloß ein dämlicher bonus raus ich dachte die ganze Zeit hier ist ein level wo wir mal wieder ins fuß holen ne da müssen wir ja wieder zum anfang der sagt uns doch die statue wieder wo wir hin müssen ach stimmt ja ich denke wir haben wir hier nö 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 Oh, hier. So. Genau. Willst du mal hier runter gehen? Oh. Nicht so runter. Ich meine mit Seil. Nee, mit mir. An mir hat es so runter. Du bist auf jeden Fall unten an. Aber wie gespart ist. Waren wir hier schon drin? Hier waren wir noch nicht drin. Oder? Nee. Nee. Das ist ein neuer Fuß. Okay. Oh. Müsst du schon drinbleiben, Onkel. Du bist selber rausgelaufen, du Nase. Ich bin nur hinterher gelaufen, weil du da hinterher gelaufen hast. Das nennt man Solidarität. Mach mal Lichter an. Ich will rennen. Was ist das für ein Gestank? Ja. Oh. Du bist gestank, Onkel. Hast du ihn fahren lassen, oder was? Du hast deine Schuhe, aber das ist eine große Schlauhe. Geht es? Oh. Da ist auch noch mal was zum Anmachen hier hinten. Hier. Wieso versuchst du es nicht mit deiner Fackel? Mach mal hier. Warte mal kurz. Wackel. Ja. Das Wasser heizt sich auf. Oh. Wasser heiß. Haben wir heißes Wasser? Ach so, die kommen hier umdurch. Das Wasser heizt sich auf. Mach mal bitte den Schutz an. Oh. Falsche Tasse, die. Das müssen wir ausmachen, damit du da hoch kannst. Das machen wir aus, indem wir da hinten das sind. Warte, warte, warte. Ich geh dann schon rüber. Dann kannst du jetzt schon... Ach so, mach das schon noch. So. Das mit X war wohl nichts. Mach mal. Deins auch noch dazu. Ach guck mal. Kannst du damit auch machen? Irgendwie rennen da irgendwie rum mit der scheiße Granate. Der hier gibt bloßes Tor auf. Aua. Bist du tot, Onkel? Ach guck mal, ob du hier hochkommst. Ach, warte mal. So, du. Ach so, ja stimmt. Ich kann hier hoch. Wacht doch, du brauchst jetzt erstmal an die Ecke zu gehen. Du musst hier rüber. So, hier. So, warte. Jetzt machst du hier noch und dann wird hier was passieren. Ja, toll. Oh. So, da. Was? Schau mal, Licht an hier. Feuer. Feuer. So, da. Wir haben doch nicht Zeit. Wo hast du hier rüber? Achso, hier rüber. Achso, zusammen. Und da unten soll ich mal Feuer anmachen. Was ist das? Die Brüder sind so gefangen. Gut. Oh. Oh. Jetzt hier rein. Das sind Tödels. Hier hoch. Hier Feuer. Rundenfeuer. Da ist der Schacht. Jetzt müssen wir ihn nur noch anzünden. Was ist denn damit hier? Was passiert denn da? Komm mal aus. Das ist die Richtung. Alles klar. Du musst hier rüber. Hier musst du hin. Ich weiß. Und da zünden. Und ich lösch das dann aus. Also ist... Alter. Alter. Die Fackel. So. Das ist aber auch mal zünden. Das muss ich rumgehen. So. 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 das ist auch Feuer. Fiesofreuer Alter Schwede Okay Ah, da ist Obert. Das musst du anschalten. Hier, komm mal hier. Also kann ich noch nicht machen. Müssen wir erstmal Wasser ablassen. Da kommst du hoch. Hm, vielleicht über diese Plattform. Ist ja gut, die Gönnchen. So, jetzt. Nee, du musst... Ah, genau. Mach mal. So, stopp. So, da haben wir. Mal gucken, dass halt jetzt Gitter irgendwie aufkriegen noch. Alles klar. Hier ist auch Gitter. Ich muss mal irgendwie sehen, dass wir das Gitter hier aufkriegen. Ach, hier drüben jetzt lang. Da unten, siehst du das? Hier jetzt irgendwie lang. Nee, von dort alles kommst du da rüber. Ja. Und nicht? Nee, dann täuscht das. Wir müssen irgendwie die Gitter aufmachen. Sonst sind es wie Gitter, die wir aufmachen müssen. Na, guck mal. So. Hier, hier, hier. Das kannst du anmachen. Und das Feuer kannst du hier hoch anmachen. Ah, sobald dieses Becken warm ist, wird das Gas zunächst die Schacht umgeleitet. Siehst du? Oh, Karappe. So, jetzt muss er da rüber. Huh. So, und jetzt ziehst du da auf. Jetzt musst du das hier anmachen. Oh. Hier muss ich jetzt anmachen? Hier? Oh, ja. Da braucht er ja noch was. Noch mehr von so weit spielern. Sie dürften kein Problem sein. Das wird sich zeigen. Immer Kraft. Der kann zaubern. Der will uns jetzt eine Tasche stecken, die dumme Sau. Haben die die schon besiegt? Ja, haben wir die schon besiegt. Weil wenn wir zusammen eine Granate packen, dann haben wir mehr Power. Oh, die ist heiß. Ich bin gut durch jetzt. Juhu. 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 Alles klar. Ich muss drauflegen, dass er jetzt ausgelöst wird. So, jetzt kannst du anzünden. Ah, sieht ja nicht aus. Du musst rausbleiben. Was ist das denn? Sehen Sie nicht nach unten. Was genau mache ich jetzt hier? Äh. Ach, dich rüberholen. Okay. Ne. Oder? Ja, klar. Achso, ja. Dafür war der Motor, dass er oben aufgeht. Hier ist auch wieder zwei Dinger. Ich muss mal kurz darüber nachdenken. Du musst bestimmt so ein Ding hier reinlegen, da wird es mir warm. Genau. Aber du musst erstmal hier oben, hier, da und da anzünden. Ja, das meine ich doch, dass das dann rauskommt, das Gas, weil es ist ja nicht da. Ja. Jetzt musstest du hier oben den Knopf drücken. Ne, ne, hier oben. Mir geht vielleicht das Gas an. Ach, kommt's gerade hier hin. Komm mal hierher zu mir, Onkel. Warte mal, wir haben ja was vergessen. Bring mal auf mich hoch. Bring mal hoch da. Da muss er drinnen, später die Kugel. Da, zeug mal drauf. Jetzt kommt hier immer Gas. Okay, dann muss ich mich hochholen. Okay. Wir sind fast am Ziel. Wir haben das Feuer beinahe bis ans Ende gebracht. Na dann, komm mal drauf. So, die Zeit ist schon wieder auf dem Einsatz. Dann verpisst du dich nach unten, dann mach ich dir an. Ne, da geht's nicht. Du musst da anlang. So, warte. Ach so. Mach mal an. Musst du nicht stehen bleiben. Ja, dann musst du hochkommen. Ach so. Geht der gar nicht. Ist doch schon aus und mit Gas, wa? Ne, ist mal an. Das ist das Gas wieder ausgemacht. Ja, das war aus. Komm her, hier. Das war überhaupt nicht aus. Das war eben auch schon. Nein. Komm mal hier hoch zu. Komm, kommst du hoch zu mir? Warte mal, vielleicht einfach mal hier die Kugel mal mitbringen, oder? Ne, die geht doch noch nicht hoch. Dafür müssen wir doch das Gas erstmal machen. Geht doch noch gar nicht hier weg hoch. So. Aber du kannst hochfahren, dann kannst du dich auf die Kugel wirpfen. So. Du musst jetzt hier rufchen. Dass ich hier rüberkomme. So geht gar nicht. Das hat glaub ich was mit da unten zu tun, oder? Ach so, dann mach ich die Kugel hoch, okay. Dann mach du mal Gas an. So, dann... Du musst ganz rüberhüpfen, was? Ne, ne, geht nicht. Klar kannst du rüberhüpfen. Die Spitze sind noch weg. Ne, sobald ich da runtergehe, dann... Nein, ich hab das durch das... Ne. So. Du hast nämlich ein Stück Zeit. Moment, mach nochmal an. So, jetzt. Das ist jetzt ja gar nichts. Warte mal. So. Wenn ich jetzt hier runtergehe, geht das aus. Alles klar, alles klar. Hol mal die Kugel. Hol mal die Kugel. Hol mal die Kugel. Hol mal die Kugel. Oh. Und die bringst du geradeaus, 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 geradeaus. Ach, zu deinem komischen. Ja. Ich glaub, da kann man sie sogar rüberrollen. Die machen wir noch? Ne, rüberrollen würde ich nicht. Aber... Toch. Genau. Kannst du da anmachen. Ne, 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 nicht rüber. Lass wieder stehen. Lass wieder stehen. Mach da unten Gas an. Und dann kommst du hierher zu mir. Warum so könnte ich so da rüber sprengen? Ne. Okay. Sobald die nicht da drauf ist, muss ja Bildgas an sein. Ach so. Weil sobald ich da nicht mehr drauf bin. Da musst du aber auch mal das Gas drücken. Äh... Deswegen sagst du mir da hoch. Du sollst mich hochholen. Du sollst mich hochholen. Du sollst mich hochholen. Na gut. So. Mach. Genau. Jetzt komm ich hier hoch. Jetzt kannst du dich wieder nach unten verpissen. Zack. Kannst du da Gas anmachen. Passiert nichts. Hm. Ich sag doch, ich muss die Kugel da rüber sprengen. Ne, springen Sie rüber. Dann bleibe ich jetzt hier drüber stehen, dass das da rüber sprengen kann. Ach so, Licht, ja. So. Zieh sie mit hin da, oder? Dann haben wir sie drauf. Machen wir mal ganz kurz Licht ein, bitte. Danke. Ach geht nicht. Bis mehr, da kommen sie nicht hoch. Bis mehr, da kommen sie nicht hoch. Aber wir müssen doch da irgendwie rankommen. Warte. Mann, diese Dinger. Warte. Gehen wir nochmal nach unten. Mach nochmal die Kugel an. So. Dann gehen wir hier auf. Machen wir das Gas nochmal an. Okay. So. 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 Weißt du schon wieder über die Zeit, mein Freund? Ach. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. So. Dann springen wir hier auf mich hoch und mach Gas an. So einfach ist der doch nicht. Ich weiß, ich glaube, da hätten wir die Kugel hier drauf, oder? So. Kann man die hier nochmal rausholen? Naja. Vielleicht kommt ja nochmal ne Kugel, dann müssen wir ja noch was holen. So, mein lieben Freund. Dann. Ich würde sagen, mal war's den Schluss für heute. Und. Ja. Ja. Wie. Ja. Wie. 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 entschuldigung und ins kanal findet unten in der video beschreibung da würde ich erst mal sagen sehen wir uns im nächsten part wieder bis dahin